Wir leben in brandgefährlichen Zeiten, das Geldsystem steht kurz vor dem Crash und die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten versuchen über einen Krieg dem Ganzen zuvor zu kommen. Und im Vorfeld werden die Löhne gedrückt, Sozialabbau, Staaten werden demontiert, Verschuldung überall, Gesundheitssysteme, die nicht mehr funktionieren, der Druck auf der Straße wächst. Und bei all dem muss man sich schon die Frage stellen, warum gerade Menschen, die davon betroffen sind, also die Lohnabhängigen, warum diese Menschen in ganz Europa, aber auch in Übersee, warum die sich rechten Parteien und rechten Bewegungen zuwenden. Das hat auch damit zu tun, dass die Linke Riesenprobleme hat mit Begriffen wie Volk, wie Bevölkerung, wie Bodengruppe oder wie Heimat. Und dass sie Riesenprobleme hat mit dem, was man Populismus nennt. Sie wollen mit einem Arbeiter nichts zu tun haben, der nicht Marx zitieren kann. Und das hat damit zu tun, dass sie sich längst in ihren Parteiapparaten, in ihren Karrieremaschinen ins Establishment verabschiedet haben. Und wohin soll sich denn der einfache Arbeiter wenden mit all dem, was wir hier besprochen haben? Er greift nach jedem Strohhalm und wenn das ein rechter Strohhalm ist, dann merkt er das oft gar nicht, aber er greift eben danach. Und deswegen mein Rat an alle, die das jetzt sehen und sich als Linke empfinden. Links sind diejenigen, die umverteilen wollen, und zwar von oben nach unten, die Fairness wollen, das sind Linke. Die sollten sich mal die Frage stellen, ob sie vielleicht mal in ihrer Sprache arbeiten sollen. Es geht um die Sprache, weil Populismus bedeutet auch Pop, bedeutet auch eine Sprache zu wählen, die der einfache Bürger versteht. Und die vor allem mit den Problemen zu tun haben, die diesen Personenkreis wirklich betreffen. Und das sind die meisten Menschen. Und aus diesem Grund lassen wir jetzt einen Mann zu Wort kommen, der sich als Urlinke versteht, der ein Reporter ist über 82 Jahre und der von Kampfkreis sprüht, nämlich Fulvio Grimaldi. Ich frage ihn ganz offen, brauchen wir gerade heute einen linken Populismus? Ich glaube, Populismus ist ein falsches Wort. Also für mich gilt dieses Wort Populismus als ein Trick der Propaganda, der Verleumdung von all dem, was nicht in unsere Einschauung, eine offizielle akzeptierte Einstellung hineinpasst. Populismus, diese neuen Bewegungen, die als solche beschrieben werden, haben doch einen gewissen Anklang in den sozialen Schichten, die man früher sich auf die linke Seite stellten und auf die linke bauten und sich von der Linken vertreten fühlten. Und von den Gewerkschaften. Und von den Gewerkschaften, genau. Wo sind die denn? Ja, bei uns gibt es die nicht mehr. Also es sind Rauch, es sind Schaum, die sind vollkommen eingereiht. Also die Gewerkschaften hatten ja unter anderem... Bei uns wenigstens. Bei uns ist es so ähnlich. Auch mal die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Umverteilung von unten nach oben, dass das wieder rückverteilt wird über entsprechende Löhne. Heute sorgen sie dafür, dass es keine Forderungen gibt, die irgendwie oben nicht akzeptiert würden. Sie sind im selben Boot. Ja, genau. Das höre ich aber von den linken Gazetten auch nicht, dass die Gewerkschaften im Grunde heute stellvertretende Eliten sind. Was ist denn da eigentlich los, dass ich das auch nicht höre? Es geht alles darauf zurück, dass die Linke praktisch ihre Rolle als Vertreter der Untergebenen, der Ausgenutzten, der unglücklicheren Schichten der Gesellschaft aufgegeben hat. Verraten oder aufgegeben? Nein, verraten, auch verraten. Aufgegeben und verraten ist dasselbe.